Hallo Herr Hartmann, was für ein traumhaft schönes Wetter zu der Veranstaltung. Die Garden Classics, eine wunderschöne Verbindung zwischen Oldtimern und unseren schönen Themengarten im Seepark Zülpich. Das ehemalige Landesgartenschaugelände hier in der Voreifel. Ja, wir haben ganz neu jetzt gerade den Kletterberg, das haben wir jetzt im Frühjahr eingeweiht hier. Das ist eine schöne neue Attraktion hier, gerade für kleinere Kinder, die für unseren Kletterpark noch ein bisschen zu unerfahren sind. Das ist etwas für die 3- bis 10-Jährigen, würde ich mal sagen, da ist in jeder Altersstufe hier auch etwas dabei. Auf die Ausrichtung der Veranstaltung haben Sie zwei Jahre warten müssen. Wie geht es Ihnen damit? Wir sind hellauf begeistert jetzt, dass wir endlich nach dieser langen Durststrecke wieder eine größere Veranstaltung durchführen dürfen. Viele, viele tausend Gäste haben den Weg hier in die Voreifel, in den Gartenschau-Park, den Seepark Zülpich gefunden. Und sie sind alle begeistert hier von der tollen Kombination aus Themengärten und Oldtimer-Ausstellungen. Die Einladung des Cruising Cologne American Classic Car Meetings Werner Neff und Freunde fand sehr großen Zuspruch. Über 400 Classic Car Drivers gaben sich die Klinke in die Hand und boten einen historischen Rückblick in die goldenen Jahre der Automobilhersteller. Statt modernes Einheitsgrau und formennahe Verwandtschaft, farbenfrohe und formschöne Oldtimer aus aller Welt, einer schöner als der andere, einer individueller als der andere, wahre Hingucker. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Attraktion für Jung und Alt ist der Flying Fox. Ja, der Flying Fox Park ist ja was ganz Einmaliges. Das ist der größte Flying Fox Park hier im Städte 3 Köln-Bonn-Aachen. Da können Sie frei wie ein Vogel hier über unser schönes Gelände fliegen. Und der Endspurt dann über das Wasser, das ist natürlich das Top-Event dann. Der Seepark bietet ein vielfältiges Jahresprogramm. Welcher Event steht als nächster auf dem Terminkalender? Ja, das geht jetzt Schlag auf Schlag. Schon am nächsten Wochenende startet das Hüpfburgen-Festival, das über eine Woche lang auch gehen wird hier. Da wird der Park insbesondere von vielen jungen Besucherinnen und Besuchern bevölkert sein. Heute hatten wir ein bisschen älteres Publikum, wobei auch die Jüngeren natürlich von den Oldtimern mehr und mehr begeistert sind. Aber das Hüpfburgen-Festival orientiert sich natürlich an den Kindern. Wassersportler nutzen bereits das schöne warme Wetter. Ab wann wird die Badesaison eröffnet? Ja, wir sind im Familienpark mit einer Badestelle. Wir warten natürlich jetzt auf die schönen heißen Tage, wo endlich wieder gebadet werden kann. Der See ist in Vorbereitung, ist noch ein bisschen kalt zum Baden. Aber in ein paar Tagen dürfen wir hier schöne Badetemperaturen haben. Da kommen Sie bitte alle wieder. Dramatische Musik Dramatische Musik Bis zum nächsten Mal.